Ja, also ich glaube, es ging weniger um das Leugnen, ich glaube, es war mehr aus der Perspektive sozusagen einer sehr integrierten, also ich meine jetzt in die Persönlichkeit integrierten Vorstellung von dem, was Arbeit ist, plus, dass du, wenn du in der glücklichen Situation bist, dass die Arbeit für dich sozusagen ein Quell von Lebensenergie ist und du daraus eben dein Wohlbefinden, deine Energie, das habe ich schon gesagt, aber auch andere Sachen ziehst, dann ist es, glaube ich, das leichter, also ist es leichter, das zu integrieren und da auch dich abzugrenzen. Du hast schon die Grenze gebracht. Ich glaube, das ist sehr wichtig für sich da klarer zu werden und zu sagen, wir haben zum Beispiel das Stichwort des Shutdown Journals gebracht, also wie kann ich meinen Arbeitstag beenden, sodass ich übergehe in eine andere, nennen wir es jetzt Phase des Tages, wo ich dann zum Beispiel eben für Familie da bin. Und ich glaube, dass man sich über sowas klarer wird und auch bewusster wird, ich glaube, das wäre eine sehr wichtige Fähigkeit, die man vielleicht eben erst entwickeln muss, wenn man mit dieser Homeoffice-Geschichte noch nicht vertraut war und die einem da, glaube ich, sehr behilflich sein könnte. Ja, das ist ja.